Kim Kardashian war in der letzten Zeit wirklich aktiv in ihrer Sendung Keeping Up With The Kardashians. Das Paar zeigte sich ganz verliebt, als sie gemeinsam Thanksgiving in Miami verbrachten. Der Reality-Star teilte sogar ein Foto auf Instagram, auf dem sie sich an ihren Rapper kuschelt und schrieb dazu, für immer und immer. Jedoch waren die Feiertage nicht nur schön. Die 33-Jährige schrieb auf Twitter, dass sie ihre Tochter Nori zum ersten Mal zum Schwimmen mitgenommen hat und dass die Kleine viel Spaß hatte. Jemand anderes antwortete auf den Tweet, dass es eine schöne Abwechslung sei, dass North ihre Eltern zu Gesicht bekommt. Und das gefiel Kim gar nicht. Sie antwortete direkt, dass sie jeden Tag mit ihrer Tochter verbringt, sich jedoch aussucht, was sie mit der Öffentlichkeit teilen möchte und was nicht. Sie sagte auch, wenn das Baby nachts schläft oder einen Mittagsschlaf hält, die Eltern arbeiten können, sich gegenseitig unterstützen und sogar Spaß haben dürfen. Zeig's ihnen, Kim!